Also das Motorradfahren ist natürlich... Und genau dieses Appetenzverhalten haben wir in hohem Maße. Im Blau-Kanal weiterkommen heißt höhere Qualifikation mit entsprechend höheren... Das war zunächst einmal von Tiersozitäten, denn die waren ja schon vor uns da. Lust auf Leistung, Motivation von Mitarbeitern, eine zwingende Notwendigkeit zur Steigerung der Produktivität. Die Führung von Mitarbeitern unterliegt Naturgesetzen. Der Mitarbeiter ist Mensch und muss als solcher behandelt werden. Mit seinen Bedürfnissen, Trieben und dem Drang Sicherheit zu empfinden. Erlebnisse schaffen. Flow-Erlebnisse. Wissenschaftlich fundiert und vorgetragen von Prof. Dr. Felix von Kube. Auf DVD erhältlich. Flow in der Arbeitswelt. Das ist eine tolle Sache. Wunderbares Gefühl.